wenn ihr mehr von mir sehen wollt kanal abonnieren glocke stellen damit ihr nichts mehr von mir verpasst wenn euch der kanal ganz gut gefällt und auch hier eingeblendet da 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 eingeblendet der twitch kanal auf dem ich dann ab und zu auch mal live streamer also bleibt ein bisschen an dem kanal dran aber jetzt erstmal viel spaß mit dem video müssen wir eigentlich einmal drei sterne holen der frage geben wir heute mal nach und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten immer drei sterne machen weiß ich nicht habt ihr das gefühl dass man immer drei sterne machen muss oder muss man es eigentlich nicht machen ich weiß gar nicht also bei mir ist es so das sind jetzt nur so meine meine impressionen oder meine gefühle ich bin immer ich bin eigentlich in jedem clan so relativ mit herzblut dabei und ich muss nicht immer drei sterne machen und meine leute oder die leute mit denen ich kämpfe sind ja alles nicht nicht alles gar nicht meine leute aber auch die leute mit denen ich dort mit streite auch mit dem renovatio hier im clan deutschland wir machen mal so eine kleine rundreise durch die klasse wo ich so ein bisschen rumeier die spielen einfach die spielen ja einfach mit und jeder macht das beste daraus was er machen kann also hier rathaus elf gegen rathaus elf mit hexen bowler und golem taktik okay also nicht riesen sondern eher golem aber ich glaube der hatte jetzt keinen adler das ist das pech des gegners 7 auf 7 hier wir mussten ja allerdings einen runter gehen im letzten ck denn uns hat ein disconnect ereilt also jemand hatte ein disconnect und dadurch hatten wir einen angriff auf eine base weniger das haben wir dann kompensiert indem er oben irgendwo was ausgelassen haben hat aber funktioniert und ich glaube wir haben den klarkkrieg auch oder wir gewinnen den klarkkrieg glaube ich der ist noch nicht ganz vorbei ist aber ganz schön aber wie gesagt muss man immer drei sterne holen eigentlich muss man das nicht ich meine mit meinen hohen accounts bin ich froh wenn ich da zwei sterne hole aber ihr könnt mir gerne meine kommentare tippen ob ihr die ganze zeit jetzt drei sterne holt oder ob er euch mit weniger zufrieden gibt oder gibt also ich gebe mich in dem fall mit etwas weniger zufrieden und hier sieht es noch ganz gut aus wir sind hier noch eine stunde 33 32 16 ich gibt das nun mal dann habt ihr mal so zwischenstand wie das hier eigentlich so abläuft 58 sterne wir sind ganz gut dabei würde ich sagen liga halten glaube ich ist unser ziel ich meine wir aufsteigen steigen auf wenn wir denn nicht aufsteigen dann halten wir wenigstens liga aber wir springen mal in den nächsten account rein denn es gibt noch so ein bisschen so hoch so den ein oder anderen wo ich so ein bisschen ja ganz klar aktiv bin aber auch noch so ein bisschen auch was getan habe also kurzer ich mache gar kein cut ich lasse das mal so übergehen okay denn hier im klaren free to play können wir gar nicht immer drei sterne machen denn ihr seht das so ein bisschen an den rathäusern hier jetzt im dritten krieg wir haben jetzt zwei kriege ganz gut gewonnen liga ist wie sie hier oder easy peasy 200 sterne zu 98 vor dem vor dem zweiten und gegen den haben wir schon gekämpft gegen den haben wir schon gekämpft gegen den haben wir glaube ich auch gewonnen ich gucke mal gerade ja das war unser erster gegner haben wir auch gewonnen also auch mit den kleinen rathäuser machen wir hier ganz gut was aber ich habe jetzt eben mal durch die angriffe so ein bisschen quer geguckt wo muss sagen wollte uns denn die klassie trollen oder wollte uns der liegt das nur zeigen dass man damit auch was holen kann ich werde euch das zeigen ich finde es echt witzig muss ich mal so sagen 60 kobolde 60 kobolde 18 riesen und 35 bogenschützen okay dann king noch dazu also gar keine drachen genutzt hier auf dem rathaus und mal sehen ich sehe den angriff jetzt auch zum ersten mal ich habe nur eben die truppen kurz gesehen mal gucken wie er das hier geregelt hat okay erst mal ein bisschen die ecken klären und ein wenig da wo überhaupt keine defense lauert also hier unten am armeelager also wo ein bisschen was mit bogies geht so habe ich heute auch schon mal angegriffen beim farm das geht ganz gut man muss nur ein bisschen geduldiger sein wenn man eh kein zeitnot hat und die hatte ja auch nicht die zeitnot dann geht das hier die mauerbrecher sind dann natürlich fehl am doch nicht ganz fehl am magierturm okay hat er doch noch rein bekommen dann gehen hier noch ein paar mal sehen was an der klan buch hatte bin ich jetzt mal wirklich gespannt heilzauber dort er hat ja drei zauber als rathaus gerade so rathaus 8 glaube ich einige sind jetzt schon rathaus 8 gerade geworden dann kommen hier noch ein paar bogies noch mit rein und mit wem holt er eigentlich das rathaus ich glaube er holt sich das rathaus mit den kobolden oder so ist es auch alter falter mit den kobolden das rathaus hier holen das natürlich sehr sehr fein muss ich sagen da kommt noch mal ein heilzauber und dann schnecken die sich hier durch ich glaube der gegner hat mal wieder keine klanburg auch das müssen wir immer wieder checken ob der gegner klanburg hat oder nicht das solltet ihr auch tun gerade in diesen bereichen hier ist es oftmals so dass sie teilweise echt nichts drin haben beziehungsweise ja wunderbar die grünen hier grünen machen das hat er gut gemacht zwei sterne würde ich sagen als frischer rathaus 8 hat vielleicht noch keine drachen oder aber hat hier keine chance gesehen diese diese base mit drachen zu machen und da finde ich zwei sterne eigentlich in ordnung da finde ich zwei stellen und ich meine er ist auch relativ weit sogar gekommen mit der armee ich müsste jetzt nachgucken ob niklas jetzt schon drachen hat oder keine drachen hat oder vielleicht auch kein elex kann ja auch sein aber trotzdem finde ich das eigentlich in ordnung das sind werden ja keine drei sterne aber in den hohen bereichen hier wo wir überhaupt keine sterne holen können versuchen wir natürlich in den unteren bereichen richtig richtig viele sterne zu machen kein thema also kurzer ausdruck hier nach free to play geht auch hier die tage wieder ein bisschen weiter mit ck mit ein bisschen farm mit dem was hier halt so geht aber leute die guckt euch nicht um also nicht nicht guckt euch nicht um aber vor guckt euch nicht das geht hier ruckzuck und dann ist die bande hier rathaus 8 und die ersten gehen schon auf 9 denn die wochen vergehen schnell und 48 zu 6 auch das ist nach wie vor stabil hier auch wenn der gegner der gegner hat oben ich meine der 11 10 da können wir nichts gegen machen und die nummer zwei hat ja auch unseren gaming gemacht aber wir haben erst mal gesagt wir machen hier unten ein bisschen was also möglichst drei sterne das dusselige ist ich bin auch noch mit dem klaren krieg obwohl ich mich eigentlich rausnehmen wollte denn ich bin hier ich muss mal gucken wo sind die lehler da habe ich mich ein bisschen vertan ich habe eigentlich gedacht ich hätte die lehler rausgenommen da um jemand anders rein zu lassen also ich habe jetzt zehn zehn mal getauscht hier damit auch die anderen ein bisschen rankommen im mittleren und unteren bereich aber ich habe gedacht ich hätte mich auch ausgenommen im nächsten bin ich in jedem fall zuschauer denn ich wollte gar nicht angreifen ihr seht ich bin hier schon rathaus 7 aber mein dorf ist leider noch rathaus 6 ich würde sagen wir gehen mal in den nächsten clan wo ich so ein bisschen rumeier und hier war mal kurz mal kurzer ausflug nach free to play also kein cut sondern netter übergang okay auch hier im clan fc hollywood junior mit oder in dem clan bin ich mit meinem rathaus 10 bengel im moment denn ich habe dort die ganze zeit jetzt die letzten seasons oder die letzten ligas immer mit dem alex gespielt der war jetzt aber woanders eingeplant deswegen habe ich jetzt den donnerbenkel hier reingeholt und muss auch ständig hit up teilweise mal sehen vielleicht sieht das heute abend im livestream teilweise sogar zwei level hoch das heißt rathaus 10 auf rathaus 12 wenn ich sogar auf ein 13 aber das hier ist ein rathaus 11 auf ein rathaus 12 mit elektro drachen erstmal ein bisschen zum funneln und hier unten die helden danach gibt es hier ordentlich futter mit drachen und lohnt und ich meine ist es ist ein rathaus 12 base er hat drei infernos das ist auch ein bisschen was anderes als dann elber gewohnt ist er hat halt nur zwei entferne türme aber hier unten hat eigentlich die queen ganz gut geregelt und ein bisschen ärgerlich ich wäre vielleicht doch von anderen seite gekommen vielleicht wollte auch erstmal nur ein bisschen prozent außen machen bzw die lager holen ich hätte jetzt die 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 uhrzeit 12 uhr bis drei uhr bevorzugt um hier in die base rein zu kommen denn die feger stehen komplett in die verkehrte richtung muss man mal so sagen und da geht vielleicht sogar ein bisschen mehr und ich hoffe ich bin jetzt genau bei den 49 sekunden bei dem ich eben stehen geblieben bin denn ich hatte schon wieder diese knacki taste gedrückt und habe jetzt aber gesehen bei 49 sekunden glaube ich war stehen geblieben aber ich hatte glaube ich noch gesagt vielleicht die drachen von 10 11 12 uhr rein aber auch so hat das hier ganz ganz gut gepasst mit den yetis vor allen dingen im zeppelin also das ist auch immer so ein bisschen so wenn nichts geht habe ich immer so das gefühl geht in zeppelin immer denn der zeppelin fliegt aufs rathaus direkt zu und wenn er natürlich nicht mehr viel ist was den aufhält dann fällt das in der regel eigentlich auch ganz gut gemacht hier das 11 auf 12 ich meine da wollen wir jetzt nicht mehr kann da erwarten wir jetzt nicht unbedingt drei sterne und so hat er das hier ganz gut gemacht beim clan fc hollywood sind glaube ich jetzt eine niederlage ein sieg ist wird wahrscheinlich die niederlage wird wahrscheinlich die niederlage aber ich selbst ich muss hier mit meinem 10er glaube ich jetzt selbst wenn ich nur mein gegenüber check hier im laufenden klankrieg also nun mal so gegenüber check das muss jetzt nicht mein gegner sein aber ich meine was soll ich hier machen hier sind elfer 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 der donnerbengel hier macht den elfer mache ich irgendwie vielleicht zeige ich euch das heute abend mal sehen ist ja noch genug zeit aber wir springen jetzt mal zu den herausforderern nun ja hier wer war waren wir mehr oder weniger erfolgreich im zweiten klangkrieg im ersten klangkrieg das habt ihr glaube ich im live stream gesehen am wochenende haben wir leider verloren wenn auch ja ich will ich will jetzt nicht sagen knapp aber wir haben schon verloren einfach viel zu viele einsterner gemacht ich glaube wir hatten fünf einsterner also echt viel zu viel risiko hier eingegangen um immer auf drei sterne zu gehen ist auch das thema immer auf drei sterne gehen nein ich denke mal oder immer drei stellen ich denke mal zwei sterne sind auch in ordnung der robs hier konnte hier natürlich jetzt dippen auf einen rathaus zwölf allerdings ist das eigentlich kein dip sondern ist es der drei auf drei also es ist schon ein dip aber ich meine was will er machen soll sich ein 13 an rathaus 13 suchen wir hatten jetzt unten ein angriff weniger der angriff weiß noch etwas von davor ich muss mal gerade im thema bleiben ja er war noch ein bisschen von davor da wusste er noch nicht dass wir alle ein tiefer gehen damit wir den einen disconnect den leider ein kollege von uns hatte so ein bisschen kompensieren und oben einfach ein rathaus freilassen also das war jetzt noch ein angriff von davor da war noch nichts mit freilassen und ich mache mal was aber hier mit der hybride technik glaube ich gegen rathaus 12 ist schon ziemlich dominant vor allem wenn der queen charge gut durchgeht der queen charge geht hier richtig gut durch queen immer noch in voller heilung hier von den heilern die heiler noch in wut jetzt allerdings gegen eine mauer aber ihr seht auch hier max hawks und max miner sind einfach im moment echt eine super super starke truppe auch 13 auf 13 ist das sehr 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 stark diese hybrid technik ich beherrsche sie noch nicht deswegen habe ich sie noch nicht angewandt auch mit meinem rathaus weder mit meinem rathaus 12 noch mit meinem rathaus 13 habe ich diese angriffstrategie im moment nicht in meinem report war ich glaube das müssen einfach mal ein bisschen üben vielleicht muss ich das mal mit euch ein bisschen machen und deswegen seht ihr auch bei mir noch nicht so eine angriffe hier weil ich das ich muss das tatsächlich dann am mobile device machen und dann muss das auch passen aber hat das schön gemacht hier denke ich mal war gute drei sterne und den ck in jedem fall ganz nett gewonnen 41 15 wir sind auch in der liga ganz gut dabei wir sind im moment hier vierter das ist super für uns in der meisterliga 1 erste saison hier für uns und auch der nächste ck ist glaube ich könnte unser sein an der erste das ist das rad das ist der übernächste der nächste ist das hier denn auch da wir können da nichts für das matchmaking was es hier nicht gibt ist dieses mal für uns also ihr seht ich kann ein rathaus 10er machen selbst wenn ich nur mein gegenüber mache und ich glaube das ist in jedem fall drin aber jetzt mal den sprung zu dem gsi war das wo ich mit meinem toto ja rumeier wo wir auch ich nenne es mal so mit vielen spätsel ist also eigentlich nur mit spätsel mit so es leuten clan liga spiel in champ 3 moment aber ich glaube die tendenz ist nach oben so hier sind wir jetzt bei den so ist mal eine doofe floskel okay wir sind jetzt bei den spätsel mit so es leuten also der wezen hier wir sind hier beim clan nur mal kurze erklärung das ist ein event clan gsi warriors hier wo wir mit den leuten von spätsel mit so ist die jetzt nicht bei spätsel mit so ist die liga mitspielen liga spielen und wir spielen ja auch relativ hoch wir spielen champ 3 wir waren schon mal champ 2 sind dann leider wieder abgestiegen aber ich glaube wir konnten uns wieder ein bisschen steigern auch wenn es manchmal nicht ganz so aussieht aber der gegner lässt sich auch einiges an fehlern das muss man dazu sagen so ein bisschen hoffst du immer dass der gegner irgendwo ein 1 sterne macht oder auch einen gänzlichen fehl hat und versucht dann dementsprechend ein bisschen mitzurechnen so nach dem motto so wenn wir jetzt alle save 2 machen dann ist das ding durch oder aber vielleicht haut noch jemand ein 3er rein ist natürlich dann noch mal umso netter aber wir haben wirklich viele viele prozentige wohl das macht mal wieder spaß hier auch wenn hier manchmal ein bisschen gehende lehre ist ich meine wir sind hier nur so ein paar leute ich glaube wir können noch nicht mal doch ich glaube wir können ein ich glaube wir können einen einzigen tauschen das macht aber nichts und wir kommen in jedem fall zu fahren und auch zu spenden dafür ist die truppe hier viel viel zu aktiv dass das irgendwo leer ausgeht hier mit kaserne und auch an die das ist nicht hybrid sondern das ist erst mal jittich smash hier glaube ich so heißt das hier die pecker wohler also so ein bisschen von vielen mit erdbeben zauber hier relativ zu anfang da war das rathaus glaube ich schon aktiviert macht aber nichts schöner worden oder schöne worten zündung entschuldigt schöne worten zündung hier und aus der kaserne jetzt mit im back end noch ein paar hocks dabei die habe ich jetzt auch ein bisschen mitgenommen eben habe ich ja schon gesagt diese hybride technik mit den minern und den hocks das habe ich noch nie auf rathaus 13 oder rathaus 12 richtig wirklich gemacht also mal angetestet ja aber ach das ist für mich noch ein bisschen schwierig so ein pro spieler bin ich nicht da muss ich echt mal viel üben oder wirklich kann die ganze zeit da mal mit angreifen aber ich glaube der wesen hat das echt schön gemacht so viel lebt er jetzt gar nicht mehr und es ist noch ganz schön viel bass über aber hier hinten kratzt noch da kratzen noch hier ein pecker glaube ich ist das ja pecker und auch noch ein ein jeti der hat auch noch seine kleinen die kleinen die kleinen da im 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 eimer ich weiß gar nicht wie die heißen jeti meiz oder so heißen die glaube ich im englischen ich kenne den deutschen begriff gar nicht muss ich mal nachgucken und kobold ruhen auf jeden fall dass jeder da oben links setzt richtung zwölf uhr gehend ein kobold der hier einfach mal ein bisschen mit clean up macht die machen das nämlich richtig schnell also wenn deren messer wetzt dann geht es ja richtig ab beim clean up und jetzt lebt aber auch wirklich nicht mehr vieler kann man schon fast sagen alter schöne drei sterne gemacht hier und es sieht hier echt wirklich gut aus wir waren jetzt heute nach der zweiten partie glaube ich zweiter mit nur einem stern rückstand auf den ersten und haben aber den vorherigen ersten schon mal so ein bisschen hinter uns gelassen was sehr sehr gut ist und auch der jetzige clan gegen den wir jetzt spielen hat bisher erst zehn sterne bei fünf angriffen also immer schön zwar safe 2 gemacht dann müssen wir dann irgendwo mal drei ersetzen aber ich glaube 33 hier im ersten ck oder beziehungsweise im zweiten ck und dem ersten ck glaube ich waren wir auch schon über 30 lass mal gerade gucken ja da waren wir schon bei 32 meine angriff habt da glaube ich gesehen sind recht stabil so will ich das mal für meine wenigkeit benennen also ich mache hier meine auch so ein bisschen meine safe zwei sterne ich habe mir heute den 1er geschnappt und mit 80 prozent bin ich glaube ich ganz gut dabei dafür dass ich recht wenig dann manchmal auch übe oder mache ich habe aber tatsächlich mal ein zwei übungs angriffe gemacht um die weite des erdbebenzaubers zu checken aber ich kann euch das noch in den livestreams dann weiter zeigen und ich bin sehr sehr zuversichtlich dass wir auch hier so ein bisschen weiter kommen wie gesagt der jetzige gegner macht hier das was er machen muss nämlich erst mal zwei sterne auf unsere basis hier sieht ganz gut aus ach so ja was was ich eben noch gesagt hatte ja man hofft natürlich auf eine def klar ich will mich jetzt nicht aus dem fenster leben aber früher hat nur einen kassiert und ich glaube der torsten hat nur einen kassiert ist natürlich cool bei 45 prozent und das hilft einem dann dann noch mehr wenn du dann ein zwei dreier mehr machst wir haben jetzt gerade mal so zwei drei sterne mehr aber das reicht dann und also ein bisschen kleine brötchen backen hier in der liga auch wenn wir hier gut dabei sind wir sind jetzt wieder ein bisschen abgeschlagen das liegt daran dass vor allen dingen da oben der clan c tz av 8 schon wieder viel viel mehr angriffe gemacht hat wie viel akku die haben die haben schon zehn gemacht und wir bisher erst null also hier ist echt noch alles offen und mal sehen ob sie nicht doch wieder richtung champ 2 geht ich bin wirklich mal gespannt ich halte euch in jedem fall auf den laufenden ich hoffe das ganze hat euch gefallen wenn ja bisher ja habe ich euch am anfang gesagt macht das einfach dann sehen wir uns in jedem fall wieder danke fürs zuschauen bis dahin euer toto glasht